Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Faction Guerilla. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und suchen uns das erste Mal einen Green Wagen. Der sieht doch da ganz schnieke aus. Ja, wahr. Finde ich nicht in Ordnung. Moment. Lieber, lieber, lieber Aufnahmen, ne? Man, man, wir sind. Alles klar. So. Dann setzen wir uns auch mal einen Punkt. Ach so, ich will mal M drücken, wisst ihr? Das ist, das ist, das ist, äh. So, was haben wir hier? Zerstörungsziel. Alles klar. Ach, das haben wir doch schon gemacht, hier, wahr? Yo. Gut. Du auf. Typ rein und los geht's. Wuuu. Ich muss echt sagen, dass ich das Fahrzeug hier mit einem geilsten Finder, so ein geiler Buggy, hier. Scheiße. Finde ich voll am geilsten. Ja, voll gleich mal in die Wand. Sind die kaputt? Ja. Aber ich sehe den jetzt was nicht auf der Karte. Haben wir letztes Mal anscheinend schon abgeerntet. Das ist sehr begrüße. Danke, Zukunftslinger, äh, Vergangenheitslinger. Mensch. Ja. Bla, bla. Cool. Und wie machen wir das? Darf ich hier rein? Du störst eine IDF-Patrouille, Zivilist. Okay, 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 hier gucken. Seht euch den großen, bösen Busse ein. Ein paar Kinder ziehen sich an wie Marauder. Wo soll das nur hier hin? Okay, da hin. Das sieht doch so aus, als wenn das explodiert, oder? Ui, hier auch so Gasdinger. So, da. Da, wir können ja Gott sei Dank schon fünf platzieren. Ja, das ist... Der absolute Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Dann... Ach, das war's schon. Oh, ja. Bam! Aua! Alter, ey. Nein. Wann hält der mich so weg? Nein, hier, die beiden. Äh, ich mach'n Abgang. Wo müssen wir denn jetzt nicht essen? Na komm, Karte, lade. Das ist das, das sieht aus wie Zeit. Das Fahrzeug zu einem Unterstupf bringen. Na klar, warum nicht? Der erste müssen wir unsere Angreifer... Scheiße, Abschütte. Irgendwie... Sieht gut aus, da uns... Oh doch, da sind sie. Komm schon, Gelb-Wertwerg-Grün. Ja. Oh Geister. Alles klar. Na... Genau. Ja, aber wo nur... Wenn die Arbeitsplätze zerstört wurde... Oh, da rennen sie. Hallo. Okay. Ich hoffe, dass mir ja ein Fahrzeug bereitgestellt wird. Ja, sollte eigentlich... Oh, eine Leiche. Nee, die werde ich jetzt mal nicht angreifen. Das müssen wir auch noch alles kaputt machen. Das müssen wir auch noch alles kaputt machen. Ey, das ist rot, das... Und rot heißt immer kaputt machen... Kaputt macht Zeit, heißt das alles. Ja. Ey, ey, ruhig. Wohin? Zum Unterstupf? Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Transporter, fahren sie das Fahrzeug innerhalb, deshalb nehmen wir uns immer ab. Angegeben, wenn der Unterstupf. Halten sie nach der EDF-Ausschau. Ja. Werde ich wohl wissen. Scheiße. Nein! Okay, das wird nichts. Ah. Ja. Ja. Äh, öh. Versagt. Ich versage. Genau so. Lassen wir uns nicht lumpen und probieren wir das gleich nochmal hier. So. Network-Gespräch hat. Laden das. Blablabla. Los geht's. Nanu. Ja, süß da direkt doch. Sam, ich habe gerade ein Signal von diesem Fahrzeug empfangen. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger. Ja. Lange sind die eingezeichnete Stimme. Ach, hier rum ist es sogar. Ich bin immer auf Fallschiff fahren. Ja, dann freue ich mich in die Wunden aber. Ist das nicht so ein Panzerauto gewesen? Die gehen da so schnell kaputt? Das sind so ne Dinger. Ja. Müssen wir nachher nochmal zurück. Muss ich mir merken. Da. Jedoch sieht man das, sieht man tatsächlich. Sind das die Punkte da nicht? Ach, das ist das nicht. So. Müssen wir denn hier oben hin? Ui. 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 Das ist weit. Dann habe ich endlich Zeit. Zwei Minuten noch. Also knapp. 1,8 Prozent. Boah, Alter, aber. Maaan. Drive, drive, drive. Ey, ruckel, ruckel. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Boah, gib doch Gas, ey. Den Buggy wär das viel schneller. Also der wär schneller. Jetzt hör auf mit Ruckeln hier. Ruckelt das? Muss ja das Gebiet laden, oder was? Ist aber scheiße. Das sind keine Clipping-Finder, aber da hat man das Ruckelt, ey. Das ist doch genau so ein Bullshit. Boah, jetzt ruckel nicht. Alter. Okay. 30 Frames, alles klar. Okay. Ich glaube, es ist jetzt vorbei. Mit dem Geruckel. Yeah! Linkart Pro versus Geruckel, ey. Linkart Pro wins. Aha. So. Jetzt bist du auch so ein Fatality. Okay. Wird auch das schaffen. Uh, 30 Sekunden. Obwohl... Doch, sollte eigentlich... Wir haben keine Alarmstufe. Also ist eigentlich gar keine Alarmstufe. Sollte eigentlich machbar sein. Ey. Jetzt verpill... Alter! Haben schon. Yeah. Nein, jetzt nicht festhängen. Schön, dass du so aufgespürt hast. Kepler wird sich freuen. Man. Yeah. Wie verdienen wir denn? Weiter. Acht Guerilla-Aktionen erfüllt. Ja und? Ist das jetzt was? Oh! Da ist das Personensucher freigeschaltet. Gehen jetzt zum Upgrade-Tisch, um freigeschaltete Waffen zu upgraden. Aha. Welche Waffe... Welcher Waffe ist denn das? Ne, das wurde gefeiert. Wie war ich denn jetzt bekommen? Oder... War ich das weggeklickt aus? 80! Plus 50. Also nun. 80 oder... 130. Hat sich ja gerade angehört. Nachrichten von der Ehe. Der Verteidigung... Was ist denn der Bereich? So... Dieser Krieg wird noch einiges schlimmer. Jaja, bla bla... Ach, ich hab gerade mal 80. Hier Personensucher. Finden sie feindliche EDF-Einheiten auf der Minikarte. Jo. Die sehe ich doch eigentlich auch so, oder? Vielleicht auch wenn sie mich nicht jagen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Alles klar. Okay, wir nehmen uns den neueren, weil der andere, der ist ja schon ein bisschen kaputt. Wo ist halt... Check aus. Ja. Ja, ich weiß. Ja, was hat mein Bruder gemacht? Der wurde am Anfang abgeschossen. Ich hab keine Ahnung, wie der geschossen hat, ey. Bitch. Moment. Da komm ich ja nicht hoch, wa? Ach komm, Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. So, Leute. Von heute. Wo müssen wir hin? Hier, okay. Das liegt ja gleich auf dem Weg. Was ist das eigentlich? Guerilla-Überfall. Der Red Faction beim Raub von EDF-Eintumme. Sehr sicher. Oh Mann. Nein. Hier, Rechtsklick, ey. Ach, mit den Tasten. Ich glaub, der Minimap. Hier muss ich auch mit WASD das komische Kreuz steuern. Da mit Rechtsklick mal gehen. Meine Herren. Äh, ich hoffe, ich komm auch hier irgendwie so lang. Na ja, gucken wir mal. Dungdi-Dung. 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 Oha. Zerquetscht. Gut. Ich find' doch geil, dass man hier auch so das Gewicht der Fahrzeuge spürt. Und wenn man andere Sachen fährt, ja. Dann ist das richtig so. BAM. Ja. Ist richtig Hardcore. Also sind schon ganz schön gegriffen. Boah, ich muss schon wieder gehen, ey. Wisst' ja. Den ganzen Tag muss ich nicht gehen. Und wenn wir meine Aufnahme, dann zack. Und überkommt es mich doch. Und ich muss gehen. Das ist doch scheiße. Ah. Boah, das ist auch lahmarsch, das Teil, ey. Und ich hoffe ja, dass genau wie bei Dust, wenn ich in die nächste Zone komme, ja. Dass dann auch neuere, also wie andere Fahrzeuge mit dazukommen, ja. So wie es hier der Buggy ist. Keine Ahnung, vielleicht ist er noch eins. Und die anderen fahr ich ja nicht. Da ist mir nicht scheißegal. Aber. Wenn dann noch so ein ähnliches Ding wie der Buggy dazukommt. Die noch so ein bisschen schneller sind vielleicht noch. Taktische Informationen zu einigen Truppen. Finde diesen Kurier und sichere die Informationen. an. dieser genannte Kurier. Hä? Hier ist kein Kurier. Boah, da war jetzt eine goldgrube. Dahinten unterkannte sich auch schon mal was. Super! Ui, ui, da bin ich schon weggeflogen. Ey, weg da. Das ist meins. Ja, verpiss dich hier. Oh, das... Genau. Oh, ab, ey. Ich dachte gerade, es ist despawned. Oder ist das so gar... Ich habe gar nicht auf die Anzahl geachtet. Nein! Oh. Jetzt kommt es halt rauslassen hier. Hier war gar nichts drin oder was. Nein, egal. Achso, da muss ich... Wollte ich ja auch... Nee, nein, nicht, nein, nicht, nein, nicht. Yeah. Yeah. Fahm, fahm, so. Die Kristall. Also... Das Soundtrack von dem Spiel... Der gefehlt mir... Oh, gut. Also... Ah, außer dem Sipping-Fehler, ja, ist ja das Spiel gar nicht so scheiße. Gut. Oh. Da ist noch was. Komm zu Papa. Super. Super. 164. Wir werden den Brennstoffnachschub der IDF abschneiden, indem wir die A-Klappe in den Nile anlegen. Ja, 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 bock. Also... Das war gar nicht absch... Also, ne? Okay. So. Gehen die zum Überfallgebiet. Ja, komm mit hier. Cool. Ja, komm, steck mal ein, Kollege. Wir sind alle vollzählig. Geil. Wo müssen wir denn hin? Okay, wird mir direkt angezeigt. Das ist super. Da hin. Oh! Das trifft sich gut, ey. Sehr gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie General Ross? Wer ist General Ross? Keine Ahnung. Vielleicht. Achso, nein, hat mir's jetzt noch keiner gesagt, aber... Oh, je. Da war gerade... ein dickes Auto von der IDF mit Geschiffs drauf und dann bin ich ganz knapp vorbeigefahren und danach das Auto schrammig gleich mal. Rolf! Warte mal. Hab ich... noch ein bisschen Zeit? Woher hab ich? Scheiße, was ist denn? Dann erst mal die Aufgabe. Alles klar. Ui! Oh, Greerüberfall. Die Red Faction überfällt dein EDF-Gebäude. Sie gewinnen den Überfall, wenn die Zahl der EDF auf null reduziert wurde oder das Gebäude zerstört. Alles klar. Mach am besten Pirates. Nein, da ist er meiner. Ja, komm, ich steck den Kopf hier. Ja, komm, ich steck den Kopf hier. Ja. 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 Ich kipp halt. Na los. Ich muss dich verarschen. Jetzt geh kaputt. Na geht das. Oi. Aua. Oh. So, was ist das? Oh. He he. Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, der komische Jurist hier. Dann. Wenn der Verlopina wird. Boah. Das war vielleicht nicht ganz gestorben. Minimal, aber gut. So. Na, ein bisschen kaputt machen wir. Aua. Oh. Oh. Oh, ich wollte schon sagen. Wir sind hier noch im Gebäude. Oi, oi, oi. Äh, Barschrott. Nehmen wir mal Rohschrott, ey. Keine Ahnung. Du kommst fröhlich aus dem Planingslager. Äh, nö. Irgendwie geht's. Ich bin hier. Das war ja noch. Da. Da. Nein, das war ja noch. Boom, 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 boom. Da. Wie kaputt, ey. Ah, Drecke. Ja, ja, komm, komm, komm. Das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Fertig. Yeah. Es ist doch viel einfacher, das Gebäude kaputt zu machen, als... Das ist die ganze andere Scheiße, oder? Gell, man kann hier hoch. Super, okay, jetzt nehmen wir das SMG. Yeah. Ist das der Ton, der kaputt macht, der kaputt macht den Fernseher? Ist der auch kaputt, oder? Okay, anscheinend kann man den nicht zerschießen, das ist schade. Aber die Typen kann ich zerschießen, aber das klingt mir das, wenn ich den Ton nicht kaputt kriege. Die sparen ja immer wieder neu. Zum Weg. Scheiße, ne. Bumm, 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 bumm. Oh, wie das immer auf dem Netz... Oh nein, 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 nein. Oh, kurz klar. Oh, wie geil das aussieht, wa? Der es so umkippt. Atembrauen. Atembrauen. Atemkanate geworfen, oder? War knapp. Aber... Ich glaube, Brau hat alles im Griff. Gut, nächster Punkt. Man. Ach, ich bin ja hier ganz oben. Ah, so. Hier ist noch meine Transporter-Mission. Ich bin da. Könnten wir eigentlich direkt noch hier machen. Boah. Ist ja quasi gleich ums Eck. Ruhe. Bumm, 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 bumm. Doch keine Chance. Oh, 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 oh. Oh. Das hat Priorität. Seitdem renne ich sowieso über den Bergkrieg. Dann renne ich nicht die Straße lang. Warum sollte ich? Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Okay, es sieht aus wie ein... Und ein Panzerwagen aus dem Chemiedepot. Wer hat Lust auf eine Entführung? Hm, man klingt schon verlockend, wa? Okay, er kommt von da. Und wie ich weiß, sind die Transporter mal recht lahm Arsch. Das heißt, ich könnte das noch kaputt machen. Und dann... Weil ich könnte mir natürlich auch den Punkt auf den Konvoi setzen, ja? Und dann sehe ich ja, wie weit er da weg ist. Ha, der Niko-Promise bescheint. Das sieht aus wie so ein Helikopter lang im Platz. Ich glaube, ich kann hier David nicht hin, oder? Kommt doch einer. Boah, geil, der nimmt der jetzt hier. Ich finde, währenddessen rechno fliehen. Ich finde, ich bin ein, oder?